Jetzt tut sie es. Fünf Prognosen von Frau Wagenknecht für das nächste Jahr und was sie in den vergangenen Tagen angekündigt hat, das sollte jeden begeistern, denn es soll tatsächlich eine neue Wagenknecht-Partei kommen. Zumindest schließt sie das nicht aus und jetzt kommen natürlich auch die Umfragewerte und die haben es in sich, wenn dich interessiert, ob diese Partei tatsächlich gegründet werden könnte, beziehungsweise ob sie ein Erfolg wäre und was jetzt rausgekommen ist, auch im Mainstream-Sektor und natürlich auch die fünf Prognosen für das nächste Jahr, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und wir starten wie immer direkt im Thema und natürlich auch mit dem ersten Punkt, es geht um die Wagenknecht-Partei. Ich persönlich halte es für den richtigen Schritt, denn sie hat ja mittlerweile auch auf ihrem eigenen YouTube-Kanal so viele Follower, ich glaube über 600.000 und man merkt einfach, dass die Videos sehr, sehr stark angekommen sind. Wir sind auch hier natürlich immer dabei, das Ganze zu kommentieren oder zumindest auch wieder in einfacher Sprache wiederzugeben und diese Videos sind einfach durch die Decke gegangen. Also ich glaube, das beste Wagenknecht-Video hat hier über 400.000 Aufrufe. Das heißt, es beschäftigt vor allen Dingen die normalen Bürger einfach, was diese Frau zu sagen hat, weil sie eben genau auch das tut, was alle tun, beziehungsweise die Bürger sich denken. Sie bezeichnet die aktuelle Regierung als die dümmste Europas. Sie geht auch davon aus, dass die erste Prognose, dass die Grünen unser Land hier zerstören. Das heißt, sie hat momentan auch die Befürchtung, dass es im nächsten Jahr noch drastischere Maßnahmen gibt, beispielsweise um die Klimarettung voranzutreiben oder eben auch die Wirtschaft von innen auszuhöhlen. Ich meine, gerade auch diese Energiepolitik ist am Rande des Abgrunds. Man versucht immer wieder mit angezogener Handbremse Vollgas zu geben. Entweder man verzichtet jetzt auf fossile Brennstoffe und kümmert sich um die regenerativen Energien oder aber wir sagen, hey, es ist nicht möglich und die anderen Länder machen das ja auch. Ich meine, China hat 27 Jahre jetzt einen Liefervertrag beziehungsweise Lieferverträge unterschrieben mit Katar über Flüssigerdgas. Also, ja, wollen wir dort die heiligen Samariter sein? Was ist jetzt die richtige Strategie? Wollen wir nur noch mit Ländern zusammenarbeiten, die Menschenrechte würdigen oder die Menschenrechte verletzen? Also, man hat das Gefühl, mit Russland wollen wir keine Geschäfte machen, weil das sind die Bösen, aber mit Katar ist alles wieder gut und mit Amerika ist alles wieder auch in Ordnung. Also, irgendwann hat man das Gefühl, man muss sich doch jetzt endlich mal entscheiden zwischen A und B und dann eine klare Linie fahren. Die zweite Prognose ist tatsächlich, dass es im nächsten Jahr eine Wagenknecht-Partei geben kann. Also, insgesamt hat sie eine Zustimmung durch eine Umfrage bekommen. 24 Prozent bundesweit könnten sich vorstellen, tatsächlich sie zu wählen. Und gerade auch natürlich bei der AfD kriegt sie einen Zuspruch, 68 Prozent und bei den Linken also 67 Prozent, die diese Wagenknecht-Partei wählen würden. Und das finde ich schon sehr interessant. Die Linken haben den Zug komplett verpasst. Sie haben ja die Wagenknecht-Aussagen überhaupt nicht, ja, argumentatorisch entweder belegt oder widerlegt, sondern sie haben einfach nur gesagt, mit Frau Wagenknecht wollen wir nichts zu tun haben. Wir müssen sie von der Partei ausschließen und wir müssen sie auch anderweitig mit ihrer Person fertig machen. Also, dann wurde ihr wieder rechtes Gedankengut zugeordnet oder sie wurde eben fertig gemacht, weil sie hat ja in ihrem Buch irgendwas mit Transgender verwechselt oder zu kritisch gesehen. Also, es werden dann wieder irgendwelche Keulen ausgepackt, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Ein wunderbares Phänomen unserer heutigen Zeit. Es geht nie um die eigene Sache, sondern immer nur um Symbolpolitik. Gerade auch die Sanktionspolitik, die sie ja immer wieder kritisiert, haben dazu geführt, dass die Linke sich eigentlich ein Eigentor geschossen hat. Anstatt einfach sich Wagenknecht mit ins Boot zu holen und wirklich als mit eines der begabtesten Politikerinnen momentan, die im Bundestag sitzen, mit zu nutzen sozusagen, auch als Reichweiten-Generator, man könnte es ja auch wirklich instrumentalisieren, hat die Linke hier einfach grandios sich selbst zerstört. Meiner Meinung nach gibt es hier kein Zurück. Die nächste Prognose, die bestätigt natürlich auch nochmal das, was wir schon oft gesagt haben. Die Sanktionen werden nicht fallen gelassen und damit wird Russland weiter profitieren. Wir werden weiterhin sehen, dass sich China den Kuchen aus Russland holt. Indien, Pakistan und die ganzen anderen afrikanischen Länder werden ebenfalls nicht davor zurückschrecken, weiter Energie aus Russland zu beziehen. Ich meine, Russland ist der wichtigste Rohstoffhändler weltweit gesehen. Und Deutschland wird natürlich sagen, nein, von denen wollen wir nichts mehr nehmen und macht sich damit natürlich noch abhängiger von einem, von Amerika. Und hast du dich nicht schon mal gefragt, warum wir immer wieder von allen Ländern unabhängig werden wollen? Also von China jetzt natürlich auch, von anderen europäischen Ländern wollen wir auch unabhängig werden und wollen nichts mehr wissen und beispielsweise von Russland natürlich auch. Aber von Amerika, da ist die Abhängigkeit natürlich gewünscht und gewollt, weil das sind ja unsere Freunde. Also wer so naiv regiert, der darf sich nicht wundern, wenn wir im nächsten Jahr den größten Schock aller Zeiten sehen werden. Denn jetzt kommt die vierte Prognose und das ist meiner Meinung nach auch nochmal ein heftiger Punkt, den wir nicht oft genug ansprechen können. Es ging um die Nord Stream 1 Ermittlungen und dort war Frau Wagenknecht, einer der wenigen Politiker übrigens, die bei der Bundesregierung gefragt haben, ob es denn jetzt schon Ermittlungsergebnisse gibt. So und dort kam nur noch die Antwort, nein, aufgrund von dem Staatswohl, um den Staatswohl sozusagen aufrecht zu erhalten, das Staatswohl, wollen wir und dürfen wir keine Informationen dazu preisgeben. Und da haben sich natürlich auch viele spieltheoretisch mit beschäftigt, haben gefragt, okay, wenn die jetzt keine Ereignisse beziehungsweise Ergebnisse aus diesen Ermittlungen preisgeben können, weil es das Staatswohl sozusagen beeinflussen wird und zwar negativ, dann kann das doch gar nicht Russland gewesen sein. Weil man hat doch alle Artikel beziehungsweise alle Aktionen, die immer gegen Russland schießen, sofort von Mainstream sozusagen wie eine Sau durchs Dorf getrieben und hat das sofort veröffentlicht, wenn Russland irgendeinen Blödsinn gebaut hat sozusagen, also auch erpresst mit Gaslieferungen oder ja sozusagen dann auch eine Gasturbine wollen sie nicht annehmen. Auch das wurde wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und das haben natürlich jetzt viele auch als Grund gesehen, dass es anscheinend einer sein muss, der diese Sabotage absolviert hat, der so gar nicht ins Visier gepasst hat. Also entweder Amerika oder irgendein Partner von uns, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Manche tippen ja auf Polen, manche tippen auf die Briten. Also es würde also, denke ich, nicht unbedingt vertrauenserweckend sein für die Abhängigkeit von diesen Ländern. Und das ist meiner Meinung nach auch nochmal der Punkt. Stell dir vor, nächstes Jahr kommt es raus, dass es die Amerikaner gewesen sein sollen, dann wird hier meiner Meinung nach Polen offen sein. Fast im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, auch hier dürfen wir gespannt sein, was dort noch ans Tageslicht rauskommt. Wenn wir Glück haben, in Anführungszeichen, so bin ich mittlerweile der Einstellung, kommt es irgendwo in 20 Jahren mal raus, weil ein geheimes Dokument geleakt wurde. Da interessiert es natürlich auch keine Sau mehr, wer damals denn diese Gaspipeline zum Explodieren gebracht hat. Übrigens auch im letzten Video haben wir davon berichtet, dass es auch schon mal vor 40 Jahren ebenfalls zu so einem Unfall kam, in Anführungszeichen. Dort hatte nämlich Amerika Russland für die Serbien-Pipeline tatsächlich auch gefaktes beziehungsweise manipuliertes Material geliefert. Und das hat dazu geführt, dass der Druck so hoch wurde in dieser Pipeline, die dort gebaut wurde, dass sie auch schon mal explodiert ist. Also das nur an dieser Stelle. Die Amerikaner, die haben da schon den ein oder anderen, ja, die ein oder andere Story hinter sich. Und die fünfte Prognose, und das ist meiner Meinung nach auch die schlimmste. Wir haben viele Punkte, die momentan bei der Agenda der grünen Politik beziehungsweise Ampelpolitik sozusagen auf dem Schirm stehen, beziehungsweise auf dem Plan stehen. Aber eine Sache steht da nicht auf dem Plan. Und zwar die Bekämpfung der Armut in Deutschland und die Bekämpfung der sozialen Ungleichgewichte. Und das macht mir am meisten Sorge, denn wir sehen durch die gestiegenen Preise und die immer steigenden Preise, dass irgendwann die Leute zwischen die Gitter fallen oder zwischen die Roster. Also ich habe momentan im Bekanntenkreis immer mehr, die auch auf mich zukommen, sagen, hier, ich weiß einfach nicht mehr weiter, wie ich die Rechnung bezahlen soll. Soll ich jetzt mein Haus verkaufen? Soll ich jetzt das und das machen? Wie soll ich jetzt mit meinem Geld vorgehen? Es bleibt nichts mehr übrig. Soll ich jetzt regelmäßig zur Tafel gehen? Die sagt mir aber, sie nehmen keine Leute mehr auf oder ich kriege da nichts mehr, weil, haben wir auch schon im letzten Video besprochen, die Tafelbesitzer auch landunter sind. Das heißt, ich mache mir wirklich Sorge, dass wir im nächsten Jahr und Frau Wagenknecht auch soziale Unruhen bekommen werden. Weil die, die nichts mehr zu essen haben oder sehen, dass sie ihr Leben nicht mehr bezahlen können, vor allen Dingen für ihre Kinder, für ihren Partner, für ihre Partnerinnen, dass die natürlich was ändern wollen an der Situation. Das ist klar. Und wenn das nicht nur ein Einzelfall ist, sondern in mehreren Familien so passieren wird, dann werden wir im nächsten Jahr sogar soziale Unruhen bekommen. Dementsprechend schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Auch die, das würde mich interessieren, ob du die Wagenknecht-Partei selber wählen würdest. Und wie immer, hinterlasse deine Meinung gerne und teil dieses Video. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.